Yo Leute was geht? Euer Schütze Putze hier zu einer neuen Runde Dota Autoshells Oh bei mir ist es lauter auf den Ohren, Aua, ich habe meinen Kopfhörer falsch eingestellt So, ah wir haben hier schon wieder dieses Click in Place an, das machen wir gleich mal aus Und mal schauen welche Kommo wir heute gehen, ich fange jetzt einfach mal mit dem Mars an Den Mars, den mache ich irgendwie im Early-Seal, da feiere ich den Und jo mal schauen wo die Runde hier hingeht und ich habe mir vielleicht überlegt Ich weiß nicht wie lange ich das machen werde Aber ich dachte mir so, ich weiß auch nicht ob ich das jetzt demnächst schon anfange oder nicht Ich wollte einfach mal so ein paar Meinungsvideos über andere große, also wirklich große YouTuber machen Wo man dann vielleicht mal redet über so ein, äh, erstmal könnte man sich auf Dota Autoshells beziehen Wo man vielleicht über so ein Dardosch redet oder so Oder mal über einen Maxim, der auch viel League of Legends Content bringt und so weiter Oder dann auch über ganz große Leute wie Ungespielt und so weiter Falls ihr dann sowas mal Interesse habt, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare Dann weiß ich, okay, das wirst du als nächstes machen Weil ich habe halt überlegt, ob ich wirklich so ein bisschen mit Meinungsvideos zu bestimmten Themen anfange Und auch über bestimmte Leute einfach nur, äh, weil ich gerne meine Meinung kundgebe Und ich glaube, dadurch, dass ich jetzt auch schon so lange auf YouTube bin hier Oder was heißt lange, aber schon ein bisschen Übung und Erfahrung auf YouTube sammeln konnte Mit ein bisschen mehr Freisprechen und allem Ähm, könnte man sowas mal machen, weil Es gibt Leute, die schreiben ja Scripts für sowas Zum Beispiel so ein Kuchen-TV oder so Der scriptet sich ja da alles zusammen und liest es dann sozusagen eigentlich nur vor Oder spricht es halt, ähm, wie ein halber Synchronsprecher ein Weil er ja auch bestimmte Betonungen und so macht und so weiter Gefällt mir auch, also jetzt als Beispiel Von ihm die Videos gefallen mir eigentlich auch sehr Obwohl ich nicht immer der gleichen Meinung bin und so weiter, ne Aber, ähm, so Wie ich das aufbauen würde, wäre eher so eine Richtung Ich sag jetzt mal Wie beschreibe ich denn das? In welche Richtung Schreibe ich denn das am besten? Wartet mal, lasst mich kurz überlegen Also in so eine Richtung, wenn ich jetzt sage Ähm, ich möchte jetzt über irgendeinen reden Dass ich mir vorher auch nichts mehr zu dem angucke Oder vielleicht nur nochmal so ein paar Punkte raussuche Damit ich auch im Notfall noch irgendwie argumentieren kann Äh, irgendwie sowas Und, ja Ne, dass ich sage zum Beispiel, okay, ich möchte über den KuchenTV reden Da gucke ich mir vielleicht vorher an, was hat er schlecht gemacht Was hat er gut gemacht Zum Beispiel schlecht, da fällt einem immer, äh Ähm, was würde ich sagen Ähm, was er schlecht gemacht hat zum Beispiel Ist das früher mit diesem KS-Freak, wo er auf die Bühne gegangen ist Ne, das mit dem einen aus dem, das möchte ich auch gar nicht vorhalten Oder möchte ich am liebsten gar nicht reden Einfach nur, weil es eigentlich fast schon unrelevant ist Aber sowas müsste man dann halt, also jetzt im Nachhinein unrelevant Das hat sich geklärt und gut ist, ne Aber wenn man so überlegt Was möchte man ja trotzdem alles mit aufgreifen in einem Video Auch wenn es schon 10.000 Mal gesagt wurde Das ist genau so, ne Also entweder ich sage meine Meinung komplett zu einer Person oder gar nicht Und, ähm Ja, in so eine Richtung würde sich das dann eher entwickeln Muss mal kurz gucken Wenn ich die beiden drauf bringe und die beiden runternehme Dann könnte ich den Mars immer noch gut durchbringen Ich habe keine Goblin-Combo Ich glaube, das ist ganz klug, was ich hier baue Und ja Wie gesagt Da müsste man dann halt schauen, äh Was für Meinungen hole ich mir zu der Person und so weiter Da kann man zum Beispiel doch Ein KuchenTV gutheißen Dass der auch zum Beispiel immer wirklich seine ehrliche Meinung sagt Auch wenn er manchmal, äh Meinungen hat, die ich zum Beispiel selber nicht vertrete Aber ich finde gut, dass der dann einfach sagt Ja, mach doch, ist mir doch egal Ich weiß, dass meine Meinung die beste ist So, feiere ich irgendwie den Style Auch wenn er natürlich auch öfter mal unangebracht ist Weil manchmal hat man einfach unrecht Und wenn man sich dann hinsetzt und sagt Nee, ich habe schon recht, ne Ist halt schwierig Aber das ist halt auch immer Mit Recht haben und so weiter Immer so ein sehr starkes, persönliches Empfinden Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh Sage ich nehme Spenden im Stream Ist es für mich zum Beispiel komplett in Ordnung Aber es gibt bestimmt auch einen anderen, der sagen würde Oh, Spenden im Stream annehmen Wie kann man denn sowas nur machen? So, ne, als Beispiel jetzt So, es gibt immer jemanden, den Man, ne, sowas sagt Und dann so, äh, mi, 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 mi Und so weiter Also von daher Richtig machen kann man eh nie was Aber Trotzdem Irgendwie Macht man es ja dann am Ende doch So, was wollte ich noch sagen In diesem Video Ich überlege gerade Lass mich kurz überlegen Vorher wollte ich noch gerade reden Ja genau, einmal, dass ich diese Meinungsvideos anfangen möchte Halt aber ungescriptet Einfach nur so frei Schnauze über was Das können wir auch gerne im Livestream machen Und im Livestream auch über Leute reden Ja, aber ich wollte wirklich Konstruktiv ändern Ein bisschen reden Oder einfach nur sagen Ja, das finde ich gut Das finde ich nicht so gut Deswegen gucke ich den Und deswegen gucke ich den nicht Und nicht einfach nur zum Beispiel grundlos haten Oder sowas Und sowas halte ich auch gar nicht Wenn ich vielleicht irgendwann mal so rüberkomme Vielleicht, dass ich irgendwen vielleicht Irgendwie in irgendeiner Form und Weise Plötzlich schlecht mache oder so Dann ist das von mir unbeabsichtigt Aber trotzdem kritikwürdig Weil, ja Das ist nicht mein Ziel Und das soll auch nicht so sein Das, äh Ja, davon möchte ich mich Und sowas möchte ich mich distanzieren Dann am Ende des Tages, ne Mal, um es ganz ehrlich zu sagen Weil Entweder Ähm Hier, was wollte ich sagen? Entweder, ähm Ich Sag etwas über eine Person Und das ist auch meine ehrliche Meinung Die ich vertrete Oder ich hate einfach nur dumm rum Und Beschwer mich über alles Was die Person macht Außer natürlich Es gibt keine guten Punkte Aber, ähm Zum Beispiel Da könnte ich jetzt auch zum Beispiel So eine Bibis Beauty's Palace Oder so Eine Dagi Bee als Beispiel nehmen Dagi Bee ist glaube ich Das beste Beispiel Da könnte man auch sagen Äh, die macht nur diese dummen Schminkvideos Auf YouTube und sowas, ne Aber im gleichen Zug Ähm Macht sie halt auch Ähm Obwohl, ja Wie gut rede ich das jetzt? Die hat ja ihre eigene Merch-Verkäufe Wurde sie durchs Land zieht Aber Es kommt auf jeden Fall Nach außen hin Wenn man das in irgendwelchen YouTube-Videos so sieht Als ob sie sich auch Zeit Für ihre Fans und sowas nimmt Was Wo man natürlich sagen kann Ja, alles kommerziell und alles Aber für die jungen Zuschauer Die halt solche Leute haben Äh Finde ich das eigentlich ganz cool Dass da gesagt wird Ey Wir machen auch was für die Na klar Wir wollen auch ein bisschen Geld dabei verdienen Aber es ist ja auch eher Etwas für und nicht irgendwie Gegen die Zuschauer oder so, ne So sehe ich das immer Vielleicht bin ich auch einfach nur zu gutgläubig Würde ich mich auch mal einstufen Aber, äh Ja Ein bisschen Möchte man ja sich trotzdem Um die Community sorgen Weil Die Community ist ja auch das Kapital sozusagen Was man auf YouTube hat, ne Äh Wenn man keine Zuschauer hat Dann Bringt es einem auch nichts 20 Videos am Tag zu machen Das ist halt immer das Problem Bei mir ist im Moment auch ein interessanter Trend Es ging ja mal immer so Schwach nach oben Dann hat es jetzt verkossen Stagniert Und im Moment geht es auch wieder ein bisschen runter Mit Klicks und so Was ich aber im Moment gut finde Dass es sich langsam Vielleicht hoffentlich dann einpendelt Weil es sind öfter jetzt mal auch Konstanten und alles drin Das wäre halt sehr angenehm Dass ich weiß, okay Meine Stammzuschauer Da sind sie, ne Und die restlichen Zuschauer Hier, da klickt da mal einer rein Das sieht man ja auch ein bisschen An den Impressionen und so Die man erhält auf dem Video Die sind halt auch zurückgegangen bei mir Ich weiß nicht, wie man Die, äh Hervorruft oder nicht Ne Nur mal so nebenbei Da habe ich gar keine Ahnung von Und möchte ich auch nicht haben Weil, ja Alles zu kompliziert geworden Heutzutage Mit den ganzen Äh Ich muss voll im YouTube Game Drinnen sein Und den ganzen Kram halt, ne Äh Ist nicht so meins So Den Timbastor würde ich gerne noch halten Aber die restlichen hier Kann ich ruhig abgeben So Dann kann ich den hier draufpacken Machen wir erst mal so Und ich werde wahrscheinlich Immer noch nicht gewinnen Hier vernünftig, oder? Wie sieht es denn im Moment aus? Ich müsste hier wahrscheinlich Den Timbastor abgeben Also wollen wir am Ende Auf dem Feld eh nicht mehr mithaben Aber ja Es geht halt darum Ob wir jetzt gewinnen oder verlieren Er ultet hier gleich rein Sehr schön Wir haben halt zwei Razor Und den Lich Aber das wird wohl nichts Sag, verkaufen wir den Timbastor Dann gehen wir den halt Am Ende jetzt ab vom Spiel Ist okay Schade, dass wir hier nichts mehr mitgenommen haben Wir waren ein paar Laue dabei Ah, das ist echt ärgerlich Unsere Combo Die kommt halt auch erst Übers Late Game, ne? Deswegen Wir wollen halt auch schnell Ähm Erfahrungen sammeln Wenn wir jetzt trotzdem schon mal Level 6 voll machen Damit wir dann Hoffentlich ein bisschen Gegenwirken können Gegen die anderen Für den Maiden Ist auch ein dummer Mage gerade Das hier ist ein geiler Mage Nehmen den auch mal mit Auch wenn das ein bisschen Schade gerade ist Dass wir jetzt ein bisschen Interest und so verlieren Aber, äh Was willst du tun, ne? So Dann bauen wir es mal so auf Wir haben hier keine Combo Sehr wichtig Und aber drei Mages Für die God Combo Das ist im Moment noch Sehr, sehr gut Ist halt die Frage Wenn wir gewinnen Oder Insgesamt Soll ich eine Crystal Maiden verkaufen? Ich würde sagen, ja Wir brauchen einen Interest, oder? Ich glaube mit dem Interest Äh Sind wir hier Eigentlich recht glücklich Ist halt die Frage Wie viel Schaden Machen wir jetzt hier mit Den hier hinten Soll ich die da vielleicht Doch schon mal eine Crystal Maiden Oder so dann mit draufpacken Dann habe ich ein Problem Mit dem Keeper of Light hier Der wird dann, äh Schwach Das ist im Moment schwer Die Lich-Ulte hier aber wichtig Damit die hier beide noch ulten können Ja, der Lich ist auch Ähm Richtig wichtig in der God Combo Da sollte man niemand anderen haben Ich weiß gerade Ob ich die Crystal Maiden Wirklich überhaupt haben möchte dann Ich glaube nicht Ich glaube, die bringen mich nicht so weit Ich glaube, die bringen mich nicht so weit Wenn ich Keeper of Light haben will Oder natürlich Ich sage, ähm Ah, ich könnte sie halt Müssen wir mal gucken Er hat hier alles abgeben können Er hat die schon 20 Gold, ne? So rechne ich, ja Ah, das tut alles ein bisschen weh So, wen gebe ich denn eigentlich hier den Attack Speed? Im Moment noch niemanden, ne? Überleg auf Wir können natürlich auch probieren Drei Mages, drei Warlocks aufzubauen Dann würde ich vielleicht sowas wie ein Witchstock Dann doch noch mit reinnehmen Jetzt im Nachgang Aber, hm Wir sind halt auch im Moment der einzige Mage-Spieler, ne? Wir sollten vielleicht doch erstmal alle Mages sammeln Und dann entscheiden, was wir machen Ob wir eher Götter haben wollen Oder eher Mages Das können wir ja im Nachgang auch noch machen Das ist ja das Coole daran So, unser Feld ist halt Null ausgelegt Auch auf den Angriff hier Muss ich auch mal dazu sagen So, der hier wird aber eine sehr starke Ulti hoffentlich noch kicken Reicht das für den einen hier? Ne Das reicht nicht Dann, okay Ist das halt lose gerade Ist okay Noch dürfen wir ja auch verlieren und alles Noch haben wir 80 Leben Und Dazzle wäre trotzdem mal schön Obwohl Winning's Around Okay, wir haben auch keinen Losing Streak Okay, aber unser Mars würde ich sagen Wursten wir jetzt Oh, unser Mars, der hat jetzt sogar aufgelevelt Ich muss sagen, unser Mars rüsten wir jetzt schon mal aus Das ist aber gut, dass er jetzt aufgestiegen ist Das war wichtig Und sonst brauche ich im Moment nichts Den hier behalte ich auch noch Ah, der Mars wird ja da Man tankt in Timbersauce im Moment Nur noch so vorübergehend dabei Den will ich halt auch noch ersetzen Müssen wir mal gucken Haben wir hier Hunter-Spieler? Ne, ne Hunter hat auch keiner gewählt, richtig Gut zu wissen wegen den Nagern auch Weil Medusa und Tidehunter packt man gerne zusammen Bei den Kriegern ist das auch gefährlich Aber wir haben hier sehr viele, sehr, sehr viele Goblinspieler Fünf Stück Fünf Goblinspieler haben wir in dem Game hier Da können wir froh sein, dass wir uns für was ganz anderes entschieden hätten Weil ich wäre auch kurz davor gewesen, Goblins zu gehen, ne Weil wir halt dann plötzlich so viele hatten Ich glaube, wenn wir mit der Mage kommen, dann kann ich mich zufrieden geben Ich soll es vielleicht noch mal ein bisschen ausbauen oder so Aber ansonsten läuft es eigentlich ganz gut Der Mars hier hat zwei Einheiten gut getankt Oh, du ultest nochmal, sehr cool Sehr, sehr schön Und schon haben wir eine Winstreak Mit unseren Mages Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir hier in eine Winningstreak mal kommen Äh, dann nehmen wir den hier mal mit Elf Dragon Mage Könnten wir erstmal mitnehmen Ja, ich könnte aber natürlich auch den Interest voll machen, ne Ist immer so die Sache So Mhm, mhm, mhm Ach komm, dann kriegt er erstmal den Attacks, den wollen wir eh verkaufen Jetzt die Frage 25, 26, 27, 28, 29 Den Venomenza würde ich gerne behalten in der Kombo Gerade in der Gott-Kombo ist ein Venomenza Zucker Wirklich Weil er halt die ganze Zeit Bläh, Wort, Bläh, Wort Macht, ne Wie man so schön sagt Und, äh, ja Voll OP Die Frage Äh, was unser Keeper of Light hier hinten machen wird die Runde Weil wenn er nämlich nicht vernünftig jetzt ulten wird Äh, nicht vernünftig ultert hier rein Ja, dann sieht es nämlich so aus Und er hier wird das nicht stemmen können Also lohnt es sich jetzt nicht zu verkaufen Weil ihn will ich behalten So Hier oben ist einfach einer Bishop AFK gegangen Das kommt uns natürlich entgegen Wir wollen ja auch noch Bishop werden Na klar, wir probieren jetzt auch nochmal wieder ein paar andere Sachen und so weiter aus Aber warum auch nicht, ne Ich würde sagen Eigentlich können wir die Quizte Mane schon fast abgeben Aber warum sollten wir im Moment, ne So eine Lina ist aber auch lukrativ Wenn man dann vielleicht doch auf Mages umschwenken möchte Das ist alles so ein kleines Problemchen Alles ein kleines Problem Jetzt überlege ich gerade Ne, davon brauche ich Hier kann man nichts vernünftig mitnehmen Wir hätten natürlich auch, äh Eine Schamanen-Kombo aufbauen können, aber Ich glaube das ist zu spät Wir können es ja erstmal mitnehmen Ist auf jeden Fall eine bessere Wahl als Crystal Maiden Weil wir ja echt den Keeper of Light eher ausbauen möchten Weil wir ja wirklich der einzige Mage-Spieler auch sind Sind wir da soweit glücklich Hoffen wir mal, es bleibt auch so Dass keiner mehr sagt, äh Oh, ich brauche noch Mages oder so Wir hoffen wir mal, dass es wirklich so für uns gut stehen bleibt So, der Keeper of Light hatte genug Zeit, um die hier komplett abzuräumen Der Razor Ah, schafft den hier oben nicht Schade Wäre aber cool gewesen, hätte er geschafft Schade, schade Aber was will man tun, was will man tun So, hier haben wir noch ein Also jetzt ist ein bisschen spät, glaube ich Könnte ich einfach nur ihn verkaufen und glücklich sein Zack Juhu, wie schön, ne So Verkauf ich aber den hier auch noch Ups, den hätte ich vielleicht mal andersrum machen sollen Setz hier lieber so ein Disruptor hin mit dem Schild hier Kann ich ihn hier noch holen Alles easy Freue ich mich mehr drüber so So eine Medusa bringt uns hier nicht weiter Aber hier halt die Warlocks, ne Wenn wir hier wirklich nur eine Warlock-Como reinbauen wollen Äh, dann sind die wichtig Ah, wir geben ihm mal das Tech-Speed Damit er wirklich auch rechtzeitig immer ultet Irgendwie kommt mir das so vor, als ob der Nie dazu kommt, weil er ein bisschen Weil ein Millimeter zu weit vorne steht Aber okay, er hat das Schild noch bekommen hier Der wirklich immer wichtiges Schild hier Dass die alle geslout werden Kann der eigentlich nicht geslout werden? Oder wie war das? Darüber, ähm, kommen wir halt hier die Runde Ah, die Ulti machen leider nicht genug Damage Da waren die zu stark Aber wir haben schon mal 40 Gold Sind gleich bei, äh, 50 So, dass wir dann noch wirklich auch Runde 17 Vernünftig aufleveln können Ist eigentlich sehr entspannt hier das Game, ne So, 50 Gold ist da Sonst hätte ich jetzt den Pack mitgenommen Aber ja, ist in Ordnung So Wie positioniere ich mich dagegen richtig, ist die Frage Ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll hier Weil die Wölfe springen ja eh drauf Hauptsache diese drei hier hinten Die sind geschützt, ne Also so der Plan Ordnung, ich muss mich mal räuspern Wartet mal bitte kurz So Entmute ist wieder drin Zack Ne, dass ich gemutet bleibe oder so Aber es lag dann halt auch immer kurz Weil ich raus haben muss und so weiter So Naja, die Disruptor-Ulti wird auch nicht so viel bringen Maximal Damage per second 100 Na ja, gut Wenn er hier halt sein Ultifeld reinholt Ein bisschen Schaden damit noch macht Dann ist in Ordnung Aber irgendwie Äh, war das nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte Wird der noch eine komplette Ulti hier kriegen? Ne Aber er kann hier zwei mitnehmen Oh, er nimmt nur einen mit Aber Item Wichtiges Item Oh, sehr schön Sehr schön Das will ich haben Kriegt er dann auch gleich Würde ich sagen Oder? Warte mal Minus To Target Das ist dann auch Wo er Auto-Tagler Wie funktioniert das? Wird ich natürlich auch auf dem Razer Dann am Ende packen Aber minus Oh, ne Wir packen das auf den Gibber vielleicht Dass er To Target Oder wenn er auch mit seinen Fähigkeiten angreift Also alles easy So, dann leveln wir Und nächste Runde Leveln wir auf Es sind halt noch null Tanki Wir haben auch nicht viel gewerrolt Wir haben auch nur darauf gehofft Dass wir hier gut Einheiten ziehen Und so weiter Können wir natürlich auch Mit der Godcom Legendäre Einheiten Äh, fangen Natürlich könnte man Ein Techies trotzdem bauen Man könnte noch Ein Enigma reinbauen Auch eine Enigma Können wir nicht reinbauen Wegen dem Razer Aber Äh, man könnte den Zeus sich holen Man könnte sich jetzt die neue Eine Sven, glaube ich Oder ist der Demon gewesen? Ah, ne, der ist Demon Den können wir uns nicht holen Können uns aber Noch ein Death Prophet holen Wir könnten uns Ein Tidehunter holen Können uns auch Einen Gyrocopter holen Hier können wir die Medusa holen Wenn wir den Tidehunter nicht holen Disruptor haben wir im Moment Alles easy, ne? So Ja, also unser Feld Baut darauf auf Dass wir halt über das Late Game Wirklich kommen Und dann fangen wir hier an Der hier ist schon Stufe 7 Und der auch Und der auch Okay Die ersten Plätze hier haben echt aufgelevelt Wie sonst was Muss man ja am Ende des Tages Auch ein bisschen selber wissen Ich hätte es jetzt nicht gemacht Aber Ja Was weiß ich schon Mit meinen 58 Leben Ist die Frage Äh Davon rauche ich nicht Jetzt habe ich zwei Disruptor Da vorne stehen, ne? Aber er hier muss tanken Das ist viel wichtiger Ähm Und ein Trollschaman Würde mir auch fehlen Für die Combo Wäre halt auch stark Hätte ich mir mal früher überlegen Aber dann kann ich aber den hier nicht holen Muss ich den hier passen Den Witch Doctor Und ein Witch Doctor 2 Mit in der God-Kombo zu haben Ist eigentlich auch immer Recht lecker Aber ich finde Wir haben uns gut gehalten Dafür, dass wir noch nichts Stufe 2 haben Außer ein Maß, ne? Also Ja Hoffentlich kommt hier auch nochmal Ein Razor vernünftiger Und dann Äh Läuft es besser Uh Hier ist noch ein Schild Das ist Fast schon wichtig gewesen Ah Es war zu spät Aua Irgendwann wieder gut schaden Dann ist die Frage Reroiden oder aufleveln Ich würde ein bisschen Reroiden wollen So dass ich einen Disruptor Vielleicht nochmal ziehe Oder so Und dann mal schauen Gucken wir mal Was wir jetzt in der Hand ziehen Wenn wir nichts ziehen Können wir einmal Reroiden Und ansonsten Ja Leveln wir nur Das machen wir jetzt Klar hier Da haben wir es Ach ne Warte mal Wer hat denn da noch ein Maß Ähm Wie Wer ist das? Bon 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 Äh Was hat der denn so Der hat Krieger und Götter Oh ne Der hat Der kümmert sich gar nicht Um die Gott-Kombo Okay So hier wollen wir halt nichts haben Was Reroiden war Und schon Hier ne Irgendwann Dinger Die wir haben wollen Hier wollen wir auch nichts Jetzt werden wir wieder Reroiden Noch einmal Das coole ist halt alles Was schon vorherigen Reroiden war Das kann es halt nicht nochmal ziehen Das wollte ich halt nochmal kurz ausnutzen Das können wir vielleicht gleich nochmal ausnutzen Weil wir haben halt so viel hier wartend Auf der Hand Was wir noch alles ausbauen müssen Ich hoffe mal Dass wir jetzt mit der Schamanen Können wir hier noch was reißen Weil jetzt wird erstmal einer gehext Das ist halt so wie Der Trollschaman Nur dass der Trollschaman Halt vielleicht noch einultet Dann haben wir natürlich hier die Ultimativen Bonus Aber ja Wenn das nicht der Fall ist Ist auch nicht so schlimm Der hier unten braucht immer noch schneller Mana Tut mir immer ein bisschen weh Uh Vier Einheiten Acht Schaden Aua Ja wir sollten Ich weiß nicht wie viel ich Reroiden soll ne Ich brauche halt die Einheiten Ich brauche hiervon noch einen Ich brauche hiervon einen Ich brauche hiervon Einen mehr Uh Den Nekropos würde ich aber gerne mit Ne warum auch Lieber die beiden mit Sag War mal kurz unter 50 Leute Haben den Entschluss nicht mitgenommen Weil ich das so klug mal wieder gemacht habe Aber es war trotzdem am Ende des Tages in Ordnung So Ah komm du mal runter Du drauf Du fertig Ist halt geil Wenn wir jetzt ein paar Einheiten fertig kriegen Am liebsten auch den Razor Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen Den hätte ich auch gerne fertig Aber ja Was soll man tun Wie gesagt Ne Kann nur so viel fertig werden Wie auch fertig ist Loah Hier vorne Der erstplatzierte Im Moment auch Fliegen die raus Die Leute Haben die einen Bug Oder was ist hier los Uh Der hier hat uns einen Razor weggekauft Der Schlingel So Wie stark bin ich denn jetzt eigentlich Wenn ich hier schon mal Den noch Stufe 2 Weil hier ist einer komplett rausgenommen Und er nimmt noch einen raus Dann haben wir Wen hat er denn oder Wen Doch er hätte den hier kurz oder Nicht blind Uh Die Ulti von dem hier war gut Aber er wird nicht noch eine kriegen Leider ne Ne Da wird er nichts mit reißen Uh Locken wir gleich mal Damit die Blois Nicht zusammengebaut werden Das wollen wir unterschiedlich verteilen Ich weiß nur noch nicht Wer den Äh Wer den Livestill kriegen soll Aber ja Das wäre ja dumm Wenn wir dann eine Maske kriegen Die wir nirgends so draufpacken können Dann doch lieber eins Wir können ja auch das eine Item Ein Item einfach runternehmen Dann passiert da auch nichts So Uh Ja Den wollte ich Den wollte ich doch am Ende des Tages nur ziehen Jetzt können wir noch sowas hier draufpacken Die Frage Der Licht kriegt hier noch den hier Wer will Livestill haben Disrupt? Weiß es nicht Wer Livestill kriegen soll So Wollte aber am Ende des Tages gerne noch einen Disruptor Uh Ziehen Das ist natürlich interessant So Ich hab nichts verkackt Ne Perfekt Kann natürlich auch mal passieren Dass man plötzlich irgendein Fell drin hat Und dann äh Funktioniert hier nichts mehr So hier wurde gleich einer direkt gehackst Der Disruptor hat man eine Ulti gekickt Unser Schamani wird keine mehr kicken Aber warum auch Kommen wir so gut hin Den hier hätte ich gerne weiter aus Das sehe ich gerade Das hier Ah Diese ganzen Damage Items Hätten wir vielleicht auf den dann packen sollen Und noch Das ist ein Venomensa Aber egal Wir leaven jetzt auf jeden Fall los Jetzt ist äh Jetzt ist unsere Zeit gekommen Würde ich sagen Oh Jetzt hab ich mich verdrückt Upsi Ja geil Geil Erstmal verdrücken Erstmal innerlich komplett tot ärgern Egal Wir machen es trotzdem hier durch Zack Äh Den nach da Den hier hin Bzw. den hier hin Den hier hin So Das Item Das Item hier kriegt er Er kann auch ruhig noch Einen nach vorne Das passt schon Und dann würde ich gerne Hier die anderen auch noch ziehen Jetzt sind wir halt schon mal Stufe 8 Hier sind halt auch Drei Afkala jetzt in der Lobby Sind einfach wahrscheinlich Rausgeflogen teilweise Hier gerade der Erstplatzierte Der gewinnt trotzdem noch sein Feld Der hat auch den Mars fertig Leider So hier ist halt ein Bishop Der weiter vor mir noch rausfliegt Das ist sehr gut für mich Das sind halt alles Rangpunkte Ne Die man sonst gewinnt Verliert und so weiter So die Lich Und Disruptor Ulti zusammen Ist ja mal so geil Alle Gegner werden geslowt Und sind gesilenced Das heißt Wir blockieren zwei Sachen Einmal die Fähigkeiten Und einmal die normalen Angriffe Ich glaube Ich hab hier eine Kombo gefunden Die könnte noch Im Late Game Sehr sehr gefährlich werden Für unsere Gegner Ich bring the spark of death Den kann ich ja gar nicht bauen Wegen Undead Upsi Upsi du darfst Du musst weg So Du musstest weg Du warst falsch Ich döde Das hab ich auch mal wieder verdödet Mit zwei Razern hier Könnt jetzt lustig werden Bei Razer Stufe 2 Was will man mehr eigentlich Das ist halt dann Die Mage Combo schon alleine Wir wollen halt hier den Kiefer of Light Gerne auch noch zwei machen Und da wir jetzt hier wirklich Keinen anderen Mage Spieler haben Sollte das auch alles gut Möglich sein Der Venomenta Der könnte dann nochmal ausgetauscht werden Ich weiß nicht Warum kann der nicht Warum ist denn der Dispate gewesen Ah egal Auf jeden Fall hier Disruptor Felder Lichtfelder Kann er jetzt losulten Schön die beiden Noch um die beiden Razer haben gut geultet Also unser Feld Das nimmt Form an So langsam werden wir hier zur Großmacht Also Mage ist gefallen mir im Moment sehr Weiß nicht warum Aber irgendwie sind die im Moment sehr lukrativ für mich Weil die einfach keiner haben will Vielleicht sind sie auch einfach nur schwach Und ich bin der Einzige der die spielt Aber im Moment sehr lukrativ für mich Und da ist noch ein Mars Den hab ich gesehen Im Notfall kann ich hier den Shadow Dings verkaufen Das sollte in Ordnung gehen Und ich muss halt ein Zeus ziehen Damit ich richtig richtig stark werde Was jetzt im Moment noch unwichtig ist Wird halt später richtig richtig wichtig Und ich könnte jetzt halt Wenn ich rechne Den Razer Ein Razer runter Zeus drauf Habe ich 8 Einheiten Dann kann ich immer noch 2 Warlocks drauf packen Problem ist Ich kann als Warlocks nichts nehmen Ich kann den Trocken nicht nehmen Ich kann den Alchemist nicht nehmen Weil der Ogre ist Das würde nicht gehen Ich kann die beiden Andetsi nicht nehmen Ich kann den Enigma nicht nehmen Ich kann den Shadow Fiend Wegen Demon nicht nehmen Ich kann halt nur den Venomancer nehmen Als Warlock Und das reicht nicht Das heißt also Warlock Combo ist Out of order Warlock gehen wir nicht Gibt's nicht für uns Weil Ogre Ist ja ungünstig Wär das jetzt immer noch Goblin und Warlock Wie es vorher war Hätten wir ihn geholt Dann hätten wir uns halt Irgendwie umorientieren müssen Mit Plate Unded Oder sowas Oder Trollen Wo ich ja sagen muss Schamanen Mages Götter Combo Ist schon lecker Fühlt sich gerade ganz gut an Fühlt sich gerade gar nicht so schlecht an Das wollen wir nicht haben Das ignorieren wir einfach Obwohl Hunter will heute halt auch keiner gehen Deswegen sieht das jetzt so aus So Wenn der hier halt Raus fliegt Ist halt für uns geil Weil hier einen Razer 3 Hat der denn drauf Aua Razer 3 hätte ich auch gerne So Aber der hat halt auch Krieger gut aufgebaut gehabt Das war eigentlich klug von ihm Doof ist dass er dann hier Kombos aufgebaut hatte Die dem Mars Äh dann niemand Äh was dann niemandem mehr geholfen hat Das hat das Ding bei den Kriegern Ne So Möchte ich nächste Runde aufleveln Ist auch die nächste Frage Winningstil kriegen wir schon mal An sich könnten wir ruhig schon Aufleveln Ein bisschen ungern Aber an sich Ja warum nicht Sind wir zwar dann auf 42 Gold Oder 43 Gold Am Ende wahrscheinlich Oder wenn wir jetzt verlieren Auf 41 Aber ja Mal schauen Hier ist dann nämlich Unser Mars Den wir so gerne hätten Der hat auch sehr sehr viele Ultis getankt Muss man ja auch einfach mal sagen So das Dowshit nehmen wir hier mit Zack Den nehmen wir mit Hier leveln wir Leveln wir Leveln wir Leveln wir Mögen wir erstmal den nochmal ausfällt Ein zweites Mal Auch wenn das total hörenrissig ist Aber ich hab nichts besseres gekriegt Hauptsache Level 9 schon mal Dass wir ähm sagen können Jo Wir haben jetzt demnächst bessere Schauen wir uns auf Einheiten Das war eigentlich unser Ziel Weil wir müssen halt diesen Zoll ziehen Und den Shadow Shaman dann umtauschen dagegen Bevor ich das nicht hab Sieht halt nicht so geil aus Der Venomenser Den haben wir leider nicht mehr gezogen Den hätte ich auch gerne 2 gehabt Einfach nur weil Venomenser ist das geil Mit der ähm Mit der Master Combo Das sieht halt so lustig aus Ne Wenn wir Hier immer ein einzigen Die ganze Zeit Gleich am Anfang der Runde Komplett Disrupted so Dann wird er nochmal verwandelt Hier zu einem Huhn Durch ihn hier Oder durch ihn hier Da habe ich jetzt im Moment auch 2 drauf Obwohl 2 Shadow Shamanen Wäre auch mal ne lustige Sache Oh Doppelte Items Oh Mitri ist geil Der ist nice Und oh Das Item ist an sich auch nice Wir nehmen aber hier mit Den Kollegen Nehmen ihn wieder raus Packen den da rein Geben das Item da hin Und das Item da hin Freuen uns darüber Und Gut ist Jetzt haben wir 2 Keeper Auf Light Den hätte ich gerne noch Ein einziges Mal Dann wäre ich glücklich Überlege auch Wann ich aufleveln möchte Zu Ende Das sollte auch bald passieren Wenn wir jetzt gewinnen Ich glaube ich auch Erstmal den Mars raus Weil bis der hier rausfliegt Ja Ewig und 3 Tage halt Oder wir haben Ah Wir hätten vielleicht auch Den Venomensa raushauen können Auf jeden Fall wird der gleich Sein Item kombinieren Und ja Das ist auch schon mal Ein kleines Zwischenziel Cool ist halt Er baut halt neue Einheiten Auf die tanken Für meine ganzen Mages So ein Blackwood Wenn der zuerst gefokust wird Ist halt geil Für mich Haben wir jetzt sozusagen Tank immer mehr Ja komm dann Hauen wir den Mars raus Weil der eine So viele davon hatte Ist in Ordnung Dann leveln wir uns Jetzt einfach hoch Nach und nach Wäre geil Wenn wir das in 2 Runden Dann schon hätten Also Runde Ach oder Aber so Dass wir vielleicht auch Eine ungerade Zahl haben Oder so So wichtig ist es uns Ja nicht mit dem Leveln Ah jetzt bräuchte ich aber Jetzt auch mal wieder Eine Einheit Die ich mit drauf bringen könnte Mal so einen Schamanen Dazwischen setzen Sowas würde ich dann doch Lieber noch mal ein zweites Mal hinsetzen Glaube ich So Das mussten wir uns jetzt halt mal schnell Ähm Reroyen so Sonst ja Mit dem Mit noch einem Shadow Schamanen hier Wären wir nicht glücklich Wären wir mit einem Disruptor Mehr glücklich So zweiten Disruptor 2 Wäre glaube ich auch sehr lustig Alles voller Disruptor Könnte man auch mal machen So Der Disruptor hier wird sogar angegangen Das heißt Wohin hat er sein Feld Hinsetzt Nirgendwo hat er sein Feld Hinsetzt Leider sogar So der ultet wen Niemals Ach ich dachte Er hat schon ulti an Uff Der hat gar kein Mana gekriegt Aua Aua Hat die Runde weh getan Ruf eine Runde noch Wir sollten einfach all in gehen Oder Soweit bin ich jetzt Ich glaube eine Runde halten wir noch gut aus Und dann auch einfach all in Bis auf 10 hoch würde ich sagen Einfach hoch Einfach climben Mal halt erstmal ihn drauf bringen Finden halt dann auch Erstmal ihn runternehmen Oder ihn komplett runternehmen Dazu immer die Frage Was man genau machen möchte Am Ende des Tages Hm Wir werden das nächste Runde einfach beenden Hier mit dem Level Dann mal schauen Dann haben wir hier auch noch Einen Tide Hunter Vielleicht bringt der uns ja nochmal weiter Der Sollte Hoffentlich auch sehr früh Mal ulten Wenn er so ein Ulti nicht rauskriegt Dann haben wir halt immer ein Problem Dann werden ihn wahrscheinlich auch schnell abgeben Das ist wahrscheinlich auch nur eine Notlösung Oder Was macht er Oh sehr gute Ulti noch gezündet Bevor er gestorben ist Hat gut getankt So Schöne Razor Ultis Und so weiter So könnte man sich so ein Game Natürlich auch vorstellen Die Keeper of Light Hier war unnötig Aber in Ordnung Ja wir können es so haben Aber wir können es natürlich auch sehr schwierig haben Hier ne Die Gegend Oh Ups Gehen hier zum Beispiel dann Ah ja Jetzt ist unsere Zeit glaube ich gekommen Jetzt werden wir all in gehen Und dann schauen wir weiter Ist ein sehr frühes all in Aber was man hat Das hat man Gut ist Könnte ich mich natürlich auch wieder hoch sparen Was will ich den lieber drauf bringen Ach ne den darf ich gar nicht Uff Upsi Ich hab's verkackt Mist Ah wir rerollen mal so ein bisschen Hier den bring ich doch lieber drauf Der steht da zwar doof Aber äh Hauptsache ihn dann drauf haben Oh hier ist noch ein Disruptor Ah hier ist nichts Hier ist nichts Hier ist noch ein Licht Den nehmen wir mit Also wirklich was gutes sehen Tue ich ja auch nicht So Voran komme ich damit nicht Muss ich ja mal sagen Da ist er der Zeus Damit komme ich voran mit dem Zeus Darüber freue ich mich Dass wir ihn jetzt haben Doppelte Götter Combo Ja Sehe ich mich drauf Eigentlich ne Crystal Maiden dazu Aber mit dem Keeper of Light Sind wir glaube ich auch gut gewappnet So Den hier hauen wir raus Ist nämlich unser Gott hier da Ne Wie er schon selber gesagt hat Fündigt sich ja schön brav selber an Äh Den nach da Den hier hin Den nach da Den hier hin Das Item hier Gehen wir dann auf den Keeper of Light Dann hat er schneller ne Ulti Hier ist nichts dabei Ja wir können es aber nur hoffen Dass unser Feld jetzt so Äh Stark genug ist Ich glaube bitte Gott Combo halt Ob es das aber bringt Weiß ich nicht Naja Als Sache wir haben sie ne Okay wenn unsere Disruptoren Äh wenn unsere Disruptoren Natürlich die ganze Zeit ne Ulti haben Irgendwie Natürlich stark Aber ansonsten ja Na Oh jetzt ist er wenigstens noch Oh den hast du nicht bekommen Da oben Ultimate Orbs Sehr tanky das Item Sehr gut Können wir gebrauchen 250 Max HP Und 25% Mana Gain Ist immer Äh Eigentlich ne gute Wahl Hier brauch ich Nichts Hier auch nicht Hier nehmen wir den gerne Und ich glaube ich fang erstmal Den Disruptor hier runter Und so zu ihnen hin Das war dein Licht Das ist der Zeus Okay So Der Zeus ultet auch immer Also den hauen wir nochmal raus Und rerollen hier lieber rein Nichts dabei leider Ah könnt ihr natürlich auch Mages gehen Einfach die Gott Combo dann ignorieren Aber das ist vielleicht glaube ich Auch nicht so das Richtige Wird halt gerne so dritter oder zweiter werden Ein paar Mage Combo hier ne Kann halt sein dass der jetzt sagt Jo nö ich werf dich raus Kann hier ist natürlich passieren ne Ob es passiert wissen wir halt noch nicht Oh die Zeus ulti war noch gut Unser äh Dingenskirchen hier Wie heißt der Keeper of Light Hat auch noch Bock Sehr schön Haben wir uns gerade nochmal so verteidigt bekommen Oh hier ne Die ganzen gespawnten Einheiten Dagegen schlage ich mich ja immer sehr spach Nur Ist immer doof gegen sowas zu spielen Aber ich find's auch lustig Dass auch wirklich keiner Äh Medusa hier spielt ne Hätten wir eigentlich mitnehmen müssen Sowas weiß man ja immer vorher nicht Und deshalb Pech Und noch ein Disruptor wäre halt lustig So drei Razor wären auch cool IOTA habe ich leider gar nicht sehen dürfen Oh Entschuldigung Ich musste gerade aufstoßen Ich hoffe das hat man nicht gehört Eklige Sache Der hier ist Elfenheit komplett durchgegangen So den sollten wir machen Dann war auf jeden Fall vorher glaube ich Immer besiegt den Kerl hier Weil Zeus wird jetzt erstmal schön rein ulten Und dann auch gleich nochmal ulten wahrscheinlich Und zack Und mit zwei Zolls Ultis hier fühlen wir uns eigentlich recht sicher So Und wie sieht's hier aus Er verteidigt sich Ja hier den haben wir auch auf seinem Feld gemacht Sehr gut Auch auf unser mit mehr Einheiten gewonnen haben Schade drum aber was soll's Oh hier ist der letzte Disruptor nächste Runde Und noch ein Mars Wir sehen halt diesen Disruptor den wir haben wollen Und von daher ja Können wir hier Obwohl wartet mal Wir können es auch so machen Zack Und ihn so mit drauf bringen So Ich hoffe so stehen wir besser Oh Wird gerade übel geknackt Aber ich habe ja immer noch neun liegen Ich muss hier nur zusammenbauen Aber noch läuft der alte hier Hat man ja gerade auch gehört Noch existierter Aber mal schauen wie lange So Gut Zwei Disruptor Felder hier Das ganze Feld abgedeckt Aber es wird nicht reichen glaube ich Uh Da kann noch ne Zolls Ulti Und die Ulti wird nicht reichen hier Ah Vielleicht zum Überleben Ne Hat insgesamt nicht gereicht Aber War positiv für uns hier Rang 4 War ein komisches Game muss ich sagen Aber ja Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Haut da rein Und Ciao Ciao